hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Tom Clancy's The Division in eine der letzten eine der wohl letzten Wochen wo wir dieses Spiel als Let's Play spielen würden denn wir haben nur noch ein paar Aufträge hier ein paar Ereignisaufträge und sonst könnte man nur noch sammeln und dementsprechend haben wir New York ja schon ich sag jetzt mal halbwegs gerettet ich weiß nicht was man an sich so noch triggern müsste ja da sind ein paar Gegner schnell mal durch die haben mich nicht gesehen deswegen schnell mal durch sprinten scheiße doch die haben mich gesehen die haben mich gesehen so na komm so so wo muss ich denn hier lang ich komme hier gar nicht lang mich hier außen rum auch nicht das ist natürlich nicht so optimal nach oben lang das oben lang erreichen sie das gebiet die krankheit noch anstecken ja so einfach geht das okay so einfach es hat so versammeln sich wieso gegner versammeln sich ich will auch keine gegner versammeln sich ich will dieses kurier abfangen ich kann sagen ich will den kurier abfangen nicht sind dass die gegner sich versammeln ich laufe ich laufe ich einfach wegflitzen guck guck ist nichts so damit wir das auch haben meine güte hat auch nicht mal fünf minuten seine ruhe mal hier ein kurier abzufangen so so guck guck viel spaß so 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 das nennt man wohl der sterbende schwan der kurier müsste hier unten irgendwo sein irgendwo hier unten müsste der kurier sein keine bedrohung gefunden ok 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 ähm ja ich weiß ja nicht aber irgendwie scheint's wohl oder übel ich weiß ich wir lassen es einfach mal so wie es gelernt hat auch aber anscheinend äh ja anscheinend ist der kurier hier allein schon verbuggt weil ich habe da kein kurier zum abholen kann ich mich irgendwie weg porten nicht während des kampfes okay ich sehe nach so weil ich keinen bock habe einfach zu verschwinden entscheidend sind die ein bisschen buggy weil ich habe da gar keinen kurier gegner versuchen scheiß drauf wir werden uns erstmal zum postamt porten und dann machen wir jetzt erstmal sammelaktion und dann würde ich sagen beenden mit der aufnahme auch das projekt weil es bringt ja nichts wenn da die paar kleinen sachen noch so verpackt sind ja an sich ein sehr 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 nice spiel ich muss mal gucken ob ich da irgendwie noch mit hier fail auch quatschen kann oder so das kann ich jetzt mal schnell machen weil sonst fällt mir auch nichts weiter in der richtung ein so viel was das sagen nö ok hier ja sowas bruch ja einfach nie da wollte ich gar nicht rein wir wollten mal hier genau beweise weil brauchen wir eigentlich bringen sie die gesammelten widerstandsdaten zurück links daten die habe ich irgendwie gar nicht gefunden ja dann wollen wir mal schauen was wir hier eigentlich brauchen ja sind gut dabei muss ich zu geben sind interessant gut dabei die ganzen sachen zu haben wir gehen mal gebiet für gebiet hier durch hier sehe ich persönlich nichts so dadurch oben sich auch nichts da sehe ich nichts da sie dann schauen wir mal hier wieder herstellen wollen müssen wir da da sich ein paar sachen kann ich ja gleich mal ein paar sachen sammeln gehen weil all die blauen punkte sind ja daten die wir noch sammeln müssen ne also müssen nicht wo wir anfangen wollen die zu sammeln sagen wir es mal so die tür ist von alleine auf gesprungen so telefon naht aufzeichnung schnell mal vollfüllen damit wir ja auch safe rausgehen so weil auch wenn die gebiete relativ sicher geworden sind hundertprozentig sicher sind dann auch noch nicht gerade durch diese übergriffs und anderen missionen im grunde mache ich jetzt nur noch hier ein bisschen sammeln die letzten 25 minuten knapp und dann war es das auch so da ist das telefonat und da ich fürchte ja meinst du es ist soweit könnte sein lieber gott ich hatte gehofft wir würden es nie erleben wie sieht es bei dir mit vorräten aus reichen für drei monate der wasserfilter ist praktisch neu ja wir sind auch gerüstet man kann nie vorsichtig genug sein ich habe keinen gnaden schuss diesmal hier leuchtet ein haufen arschlöcher mit schweren waffen rum wir müssen nur unerwartet so so einfach geht das ja dann haben wir hier vorne das nächste telefonat wir haben 120 betten und aktuell noch weitere 25 im ostflügel alle belegt ja man mit warteliste aber da fangen die probleme erst an wir haben auch akuten personalmangel es reicht kaum für das hauptgebäude ich weiß es ist überall dasselbe ja die sara hat alle hände voll zu tun aber wir sind hier fast lahmgelegt und ich befürchte dass die infektion auch auf die regulären patienten übergreift können sie irgendwas tun um die dinge zu beschleunigen tut mir leid wir tun was wir können wir tun was wir können ich glaube zu dem zeitpunkt wussten die noch nicht das ausmaß diese katastrophe ne ja das grüne gift ne ist schon heftig so ist sowas und vor allen dingen man muss bedenken das ist new york city das ist ne stadt die ist eigentlich ist eigentlich eine stadt die sollte für alles gerüstet sein und dann kommt sowas und plötzlich vom so nächste ich wollte nur sagen dass wir im taxi sitzen und auf dem weg in die stadt sind ich weiß wir wollten nicht kommen aber dein vater hat ein preiswertes hotel gefunden und wir wollten nicht beide sehen wo ich zu viel los ist der verkehr ist wie üblich ein altraum aber aus der stadt raus ist er viel schlimmer an einem dienstag ist das nicht komisch ruf uns zurück wenn du das abgehört das war schätze ich mal zum zeitpunkt der evakuierung ja aber man muss mal bedenken wie ein mensch im grunde eine ganze stadt einfach nur ins chaos stürzen kann dadurch dass dieser mensch einfach mal ein virus loslässt also mutierter virus sozusagen so hier irgendwo ist irgendwo muss hier irgendwo rein ja hier hier komme ich durch so komme ich jetzt hier hier komme ich rein hopp man gut dass sie auf unserer seite sind na der echo ist über mir frage ist nur wie komme ich nach oben wie komme ich nach oben dann hier komme ich hier hopp das war ein guter kampf gut dass wir bei uns sind komm ich denn da da oben hin komme ich hier über rückseite irgendwie oben hin ja hier na dass das sieht mir so sehr danach aus als na na geh doch da hoch dann bitte wieso geht er denn jetzt da nicht wo in der nähe befindet sich ein abspielbares ecke und es hier ist auch schön er ist hier so ein echo so party weltuntergangsparty eine große dach das dachterrassen party die das ende der welt einläutet ich bin echt froh dass wir es getroffen haben schriftstellerin und wir verdammten wir da entwickler student ja na makler drogen ist auch bekannt auch schön also dem makler würde ich nicht so wirklich vertrauen wollen na dann feiern die hier im grunde den weltuntergang was ja auch interessant ist chemienlehrer arbeitslos ja 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 so der soll da unten sein okay ja 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 das echo habe ich schon vom der hier das ist ist der hier ist Vielen Dank.